Dieses Mal habe ich zwei Gerichte in einem Video vorbereitet, und zwar Borscht mit Knoblauchbrötchen. Wir fangen erstmal mit den Knoblauchbrötchen an. 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 Solange der Teig ruht, kochen wir unseren Borscht. Wir fangen erstmal mit den Knoblauchbrötchen an. 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 Und auch eine Sauce. Ich habe cola nicht. Wir fangen tới an. Nochmal wir einen Knoblauchbrötchen an. Und zwar polish ist eine Knoblauchbrötchen an. In der anderen Seite dieses Kämpfen an die Knoblauchbrötchen an. Aus der einem Knoblauchsstab-be Cornblade an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.